Dieses Video wollte ich eigentlich nicht drehen, obwohl ich vielfach darum gebeten wurde. Das liegt daran, dass ich es nicht mag, übereinander zu reden, statt miteinander. Weder in der Wissenschaft noch sonst irgendwo. Von einem Dialog miteinander können in meinen Augen beide Seiten profitieren. Daher hatte ich Nico ursprünglich eine Interviewanfrage geschickt. Diese hat er hingegen abgelehnt, mir aber die Erlaubnis erteilt, ein Video über ihn zu drehen und dann gegebenenfalls mit seiner Kritik darauf zu reagieren. So be it. Anlass dafür ist, dass Nico Rittenau, die wahrscheinlich größte Autorität im Bereich der veganen Ernährung, im deutschsprachigen Raum, in den letzten Monaten vielfach Inhalte teilt, die darauf hindeuten, dass er in letzter Zeit seine Einstellung zu veganer Ernährung ein wenig geändert hat. Und das, obwohl er der Autor des Buchs Vegan Klischee AD ist, worin er damit aufräumt, dass vegane Ernährung eine Mangelernährung ist. Und obwohl er in seinem Buch hinreichend und plausibel belegt, dass vegane Ernährung eben keine Mangelernährung ist, zwar gewisse Nährstoffe kritisch sind, sieht er das jetzt plötzlich scheinbar anders. Seiner Ansicht nach gibt es neue Studien, die ein Umdenken erfordern, aber diese Evidenz, von der er behauptet, dass es sie gibt, kann ich nirgendwo finden. In diesem Video erfährst du also, warum seine angeblich evidenzbasierte Studienlage nicht so evidenzbasiert ist, wie er behauptet, warum grundsätzlich alle Empfehlungen von ihm kritisch betrachtet werden müssen, weil er finanziell verbandelt ist mit dem Nahrungsergänzungsmittelhersteller Watson Nutrition, warum der Gesundheitszustand seiner Freundin weder von veganer Ernährung verursacht wurde, noch durch den Verzehr von zwei Eiern am Tag geheilt wurde, und auch, warum eine Beobachtung, die man an einem einzigen Menschen macht, nicht auf die komplette Wissenschaft übertragen werden kann, denn eine Beobachtung an einer einzigen Person ist keine Wissenschaft, sondern Schwurbelei, wie ich sie seit der Corona-Pandemie jedenfalls nicht mehr gesehen habe. Also, seit einigen Monaten sieht Nico einige Nährstoffe, die in tierischen Produkten drin sind und gegebenenfalls sogar schädlich sein können, wie das Carnitin, als eventuell essentiell für manche Leute an und hat darüber einige YouTube-Videos gedreht. Er erklärt zudem, dass ex-vegane YouTuber möglicherweise hätten weiter vegan sein können, hätten sie Nahrungsergänzungsmittel der Firma Watson Nutrition genommen. Tatsächlich ist die Firma Watson Nutrition mit genau diesem Ziel angetreten. Sie möchten Veganern und Vegetariern ermöglichen, ohne jeglichen Nährstoffmangel bzw. mit optimaler Versorgung vegan sein zu können. Das impliziert natürlich, dass ohne diese Nährstoffe eine vegane Ernährung eine Mangelernährung ist und das, obwohl Nico ja ursprünglich damit angetreten ist, zu belegen in seinem Buch, und das auch wissenschaftlich, dass vegane Ernährung keine Mangelernährung ist. Klar, einige Nährstoffe sind mit veganer Ernährung schwerer zu bekommen und B12 zum Beispiel gar nicht, es sei denn, man isst Dreck, denn B12 wird von Bakterien produziert. Aber darüber hinaus ist man in der Regel auch mit einer veganen Ernährung optimal mit Nährstoffen versorgt und hat sogar Vorteile für die Gesundheit. In letzter Zeit hat also Nico einige Videos gedreht, die dem Laien scheinbar wissenschaftlich darlegen, warum diese Nährstoffe gesundheitsförderlich und gegebenenfalls sogar essentiell sind. Und ich sage scheinbar wissenschaftlich, weil die Studien, die er einblendet, diese Evidenz, die es angeblich gibt, gar nicht darlegen. Die Rückschlüsse, die er daraus zieht, überhaupt nicht plausibel sind und diese Studien auch voll sind von Interessenskonflikten. Und natürlich auch sein eigener Interessenskonflikt bzw. Bias in Bezug auf Watson Nutrition ist hochgradig fragwürdig. Begleitend zu seinen Videos gibt es übrigens auch Abhandlungen in Textform auf der Website von Watson Nutrition und da will ich gleich das Beispiel der Arachidonsäure rausgreifen, zu der Nico auch drei Videos gedreht hat und daran schaubar machen, dass eben die Evidenz gar nicht da ist. Sich diese durchzulesen ist zudem leichter, als sich auf einzelne Stellen in Videos zu beziehen. Daher ziehe ich diese Besprechung vor. Warum aber überhaupt auf der Seite von Watson Nutrition? Der Nahrungsergänzungsmittelhersteller hat seit Juni 2023 ein Produkt Arachidonsäure im Sortiment und im Juli 2023 dreht Nico plötzlich drei Videos zu dem Thema. Sein Artikel auf der Website von Watson Nutrition ist übrigens auch von Juni 2023. Darüber steht, ohne jetzt hier irgendetwas vorzugreifen, Disclaimer ist kein Ersatz für einen ärztlichen Rat. Ich würde aber gern, bevor wir das Thema Arachidonsäure besprechen, einen weiteren Blick auf die Firma Watson Nutrition werfen, denn was man da sieht, ist hochinteressant. Und auch, warum Nico Texte für sie schreibt. Watson Nutrition erklärt selbst auf seiner eigenen Website, Watson Nutrition wurde im Frühjahr 2021 von Benjamin Ploberger gegründet, nachdem er bereits mehrere Jahre mit dem Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau zusammengearbeitet hat. Wer ist denn überhaupt dieser Benjamin Ploberger, der so großartige Nahrungsergänzungsmittel herstellt? Ein renommierter Biochemiker? Arzt? Physiologe? Ernährungswissenschaftler? Und woran genau hat er gemeinsam mit Nico gearbeitet? Da ich keine Vita von Benjamin Ploberger im Internet gefunden habe, habe ich Google gefragt. Und Google wusste, dass Benjamin Ploberger im Jahr 2020 noch Cutter für Nico Rittenaus YouTube-Videos war. Hm. Ich selbst habe 2021, als mein Buch raus aus der Esslustfalle erschienen, Nico per E-Mail angeschrieben und ein Rezensionsexemplar meines Buchs angeboten, denn auch ich wollte auf seine enorme vegane Reichweite zurückgreifen. Aber nicht Nico hat diese Mail beantwortet, sondern eben dieser Benjamin Ploberger. Wie jetzt? Nikos Cutter und Schreibassistenz oder persönlicher Assistent hat dann im selben Jahr, wo er noch für Nico Schreibarbeiten erledigt hat, die Firma Watson Nutrition gegründet? Oder aber ist Benjamin Ploberger vielleicht auch hier nur Nikos persönlicher Assistent, der seinen Namen und sein Gesicht hinhält und der eigentliche Strippenzieher von Watson Nutrition ist Nico selbst? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Übrigens ist Benjamin Ploberger auch das andere Gesicht auf dem Thumbnail von Nikos Podcast. Aber zurück zur Arachidonsäure. Diese kommt nur in tierischen Nahrungsmitteln vor, wird aber vom menschlichen Körper selbst synthetisiert, und zwar aus der Linolsäure, einer Omega-6-Fettsäure, und zwar von dem Enzym Delta-6-Desaturase. Daher haben Veganer auch keinen Mangel daran. Linolsäure kommt zudem in jeder Ernährung en masse zuhauf vor, weil sie in Pflanzenölen drin ist. Und selbst Omnivore essen haufenweise Pflanzenöl. Arachidonsäure ist vielleicht auch bekannt, weil so einige Ärzte inklusive meiner Wenigkeit davor warnen, besonders solche Patienten, die chronische Entzündungen oder Autoimmunerkrankungen haben. Aus Arachidonsäure wiederum synthetisiert der Körper nämlich Entzündungsmediatoren. Natürlich nur dann, wenn es auch einen Anlass gibt, Entzündungsmediatoren zu synthetisieren. Nico behauptet, neueren Studien zufolge müsse man Arachidonsäure substituieren, besonders Säuglinge, Schwangere und Stillende. Und da ich genau das sowohl schwanger als auch stillend nicht gemacht habe und auch meinem Kind nie Arachidonsäure gegeben habe, war auch ich verunsichert und habe mir die Datenlage angeschaut. Wenn man in PubMed, der größten Medizindatenbank der Welt, recherchiert, ob Veganer einen Arachidonsäuremangel aufweisen, findet man so gut wie überhaupt gar nichts. Konkreter, wenn man Arachidonic Acid und Vegan in die Suchfunktion eingibt, gibt es keinerlei Resultate. Wenn man Arachidonic Acid und Vegan eingibt, findet man zwölf. Die Hälfte davon an Haustieren, der Rest findet es positiv, dass Veganer geringere Arachidonsäure-Werte haben als Omnivore. So wenig Daten zu finden, ist so hochgradig ungewöhnlich, dass sogar die Dozenten meines Kurses zum Thema Meta-Analysen erstellen, den ich im Rahmen meiner Doktorarbeit belegen muss, schockiert waren über so wenig Resultate. Die einzige Hypothese, dass Veganer einen Arachidonsäuremangel haben könnten, findet man im World Wide Web ausgerechnet auf der Seite von Watson Nutrition, erstellt von Nico Rittenau. Nicht mal bei Amazon findet man Arachidonsäure als Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen. Und alles, was bei Amazon nicht verkauft wird, das kann nicht essentiell sein. Also es gibt Nahrungsergänzungsmittelhersteller, die Arachidonsäure produzieren, aber die verkaufen das nicht über Amazon. Aber Amazon ist keine Wissenschaft, also tauchen wir in die Wissenschaft ein und schauen uns seinen Artikel mal genauer an. Da heißt es folgendes. Es zeigen mehr und mehr Publikationen, dass die Konvertierungsrate zumindest bei einem großen Teil der westlichen Bevölkerung zu gering ist, um den Bedarf des Körpers optimal zu decken. Bei Kleinkindern ist die Eigensynthese darüber hinaus durchweg unzureichend. Quelle, die genannt wird, ist die Quelle 13 in Bezug auf Kleinkinder beziehungsweise Säuglinge, beziehungsweise Frühchen, die tatsächlich ungefähr bis zum sechsten Lebensmonat unzureichende Eigensynthese von Linolsäure zu Arachidonsäure aufweisen. Deshalb wird empfohlen, Kinder zu stillen oder aber mit Arachidonsäure angereicherte Formularnahrung zu geben. Das ist in Deutschland nicht verpflichtend, in vielen anderen Ländern ist das für die Hersteller aber schon so. Dass bei Säuglingen die Eigensynthese unzureichend ist, ist also bekannt. Daher verlinkt Nico hier auch eine Studie, nämlich Ziffer 13. Aber wo sind die Studien, dass der Bedarf in der westlichen Bevölkerung nur unzureichend gedeckt wird? Keine Quelle, keine Zahl, nix. Einfach nur eine Hypothese. Aber wir brauchen Studien. Wir brauchen Studien, dass Veganer einen Arachidonsäuremangel aufweisen. Also schauen wir weiter. Weiter geht es in dem Artikel darum, dass die Substitution von DHA oder Omega 3 das Vorkommen von Arachidonsäure im Körper senke. Was wir uns in der Medizin übrigens zum Nutze machen, wenn es darum geht, die Symptome von chronischen Entzündungen als auch Autoimmunerkrankungen als auch Migräne zu lindern. Das ist gut! Diese lautet, dass manche Menschen eine zu geringe Konvertierungsrate von Linolsäure zu Arachidonsäure haben und deswegen Arachidonsäure aus der Nahrung brauchen oder aber als Nahrungsergänzungsmittelpräparat. So fügt er Studien bei, dass zum Beispiel Inder zu 68% sogenannte High-Converter sind, während es Europäer nur zu 18% sind. Die Studienautoren, so erklärt Nico, schieben das darauf, dass über lange Zeit praktizierte pflanzliche Kost dazu führt, dass die Synthese von Linolsäure zu Arachidonsäure vom Körper optimiert wird. Die Funktion eines Enzyms ist nicht in Stein gemeißelt, wie unsere Größe, unsere Augenfarbe, unsere Haarfarbe oder andere genetische Aspekte. Ein Enzym kann in der Regel hoch und runter reguliert werden in seiner Funktion und auch das ist genetisch kodiert. Das bedeutet, wenn das Gen der Körper realisiert, er hat von irgendwas einen Mangel, dann kann er seine Synthese, so er synthetisieren kann, hochschrauben. Er kann auch Rezeptoren hoch regulieren oder runter regulieren und das ist der Clou überhaupt daran, dass wir als Homo Sapiens irgendwie überlebt haben und uns auch noch als Krone der Schöpfung definieren. Survival of the fittest bedeutet nicht, es überleben die, die körperlich am fittesten sind, sondern es überleben die, die am besten angepasst sind. Und so hat uns die Natur auf unglaublich viele Umstände vorbereitet, nämlich auch, dass wir unseren Grundumsatz runterschrauben können oder unsere Synthese von irgendwelchen Substraten hoch regulieren können. Tatsächlich kommen auch die wenigsten Krankheiten aufgrund unserer evolutionsbiologischen Entwicklung daher, dass wir einen Mangel an Sachen haben. Darauf hat uns die Evolution vorbereitet. Die meisten Krankheiten, ich sag mal gefühlt 80% kommen daher, weil wir es mit Sachen übertreiben. Mit Essen übertreiben wir es, mit Stress übertreiben wir es, mit Umweltgiften übertreiben wir es und solche Sachen. Aber auch diese Studien gehen nicht darauf ein, wie viele Leute denn Low-Converter sind, beziehungsweise ist Low jetzt zu niedrig? Haben diese Leute einen Mangel an Arachidonsäure? Wie viele von denen waren Veganer? Kann man da überhaupt irgendwas zu sagen? Dazu finden wir wieder absolut gar nichts in der Datenlage. Also weiter im Text. Absatz 4 beschäftigt sich mit der entzündungsfördernden Wirkung von Arachidonsäure. Und auch hier wird wieder sehr schaubar, dass Nico einfach kein Arzt ist, sondern Ernährungswissenschaftler. Beziehungsweise, dass er noch nie mit Menschen gearbeitet hat, die an Autoimmunerkrankungen oder chronischen Entzündungen erkrankt sind. Es stimmt, was er sagt, dass Arachidonsäure, wenn sie hoch ist, nicht automatisch zu mehr Entzündungen führt. Das wäre Quatsch. So würde unser Körper nicht reagieren, dass er einfach irgendwas produziert, wovon er keinen Nutzen hat. Aber eine Autoimmunerkrankung ist eine Fehlreaktion des Immunsystems. Es reagiert auf einen Partikel, den es als gefährlich wahrnimmt, obwohl dieser dies nicht ist. Zum Beispiel eine Hausstaubmilbe oder sowas. Ist kein Bakterium, kein Virus, das Immunsystem ist aber irgendwo mal falsch geprägt worden, irgendwo mal falsch abgebogen und denkt jetzt, das ist der Feind und produziert eine Immunreaktion. Und häufig ist für die Schulmedizin die einzige Möglichkeit, das Leiden der Patienten irgendwie zu lindern, der Griff zu Cortison oder zu monoklonalen Antikörpern, um auf diese Art und Weise das Immunsystem zu unterdrücken. Das fehlgeleitete Immunsystem. Cortison hat aber alle möglichen Nebenwirkungen, die man nicht haben will, besonders nicht, wenn man es dauerhaft nehmen muss. Alternativ kann also jemand mit chronischen Entzündungen oder Autoimmunerkrankungen zu einer anti-entzündlichen Ernährung greifen, indem er Arachidonsäure reduziert und indem er auch Linolsäure, den Vorläufer, reduziert. Die Prävalenz von Autoimmunerkrankungen in der deutschen Bevölkerung ist 5 bis 8 Prozent. Darüber hinaus sterben 40 Prozent der Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die auch mit Entzündungen einhergehen. Acht Millionen Deutsche haben Typ 2 Diabetes, welcher auch mit Entzündungen einhergeht. Und mehr als 50 Prozent sind übergewichtig und auch Fettgewebe, besonders das viszerale Fett, produziert Entzündungsmediatoren. Das heißt, ein Großteil der Menschen profitiert davon, Arachidonsäure und gegebenenfalls auch Linolsäure in der Ernährung zu reduzieren. Darauf weisen eben viele Ärzte hin. Aber was macht Nico? Er reißt die Aussagen dieser Ärzte, unter anderem Dr. Gregor, Dr. McDougal, aber auch Ernährungs-Doc Anne Fleck, aus dem Zusammenhang und diskreditiert diese Leute. Tatsächlich listet er aber auch Studien auf in seinem Artikel, dass Veganer einen geringeren Arachidonsäure-Wert haben als Omnivore, wenn auch sehr kleine Studien. Geringer? Ja, aber ein Mangel? Gibt es Studien, dass es einen Mangel gibt? Keinerlei Indiz. Das ist wie beim Cholesterin. Veganer haben auch einen geringeren Cholesterinspiegel. Aber ist das ein Problem? Haben sie einen Mangel an Cholesterin? Gibt es überhaupt einen Mangel an Cholesterin? Nein, gibt es nicht. Weist irgendwas darauf hin, dass das negativ ist, geringere Arachidonsäure-Werte zu haben? Ja, auch Cholesterin hat wichtige Funktionen im Körper. Ja, auch Arachidonsäure hat wichtige Funktionen im Körper. Aber um einen Mangel zu diagnostizieren, müssten wir einen Mangel sehen. Andererseits habe ich überlegt, vielleicht kommt Watson Nutrition ja auch in einem halben ja auf die Idee, LDL-Colesterin als Nahrungsergänzungsmittel zu produzieren, sodass ihr das alle kauft und dann euren Cholesterinspiegel in optimale Bereiche bringt. Gute Geschäftsidee, oder? Nico spricht in seinem Artikel auch immer über eine optimale Versorgung. Was genau das aber in Zahlen heißt, erwähnt er nicht. Das könnte damit zusammenhängen, dass es für Arachidonsäure-Werte im Plasma überhaupt keinen Normwert gibt. Es ist nie definiert worden. Bei Fettsäure-Analysen, die solchen Dingen auf den Grund gehen, wird immer nur ein Prozentsatz Arachidonsäure bzw. Omega-6-Fettsäure bzw. Omega-3-Fettsäure angegeben und es geht um ein Verhältnis zueinander, was als positiv angesehen wird. Ein Mangel an Arachidonsäure tritt bei Erwachsenen in der Regel nach 4-6 Wochen auf, und zwar durch trockene Haut und gegebenenfalls Haarausfall. Auch das entnehme ich Nicos Quelle und auch das ist wieder eine Quelle aus der Kinderheilkunde. Wer jetzt schon vielleicht ein halbes Jahr vegan lebt und sich zurückerinnert, wie er anfing, dem fällt vielleicht auf, dass er zu Anfang auch eher trockene Haut hatte und dass sich das in der Zwischenzeit aber wieder gelegt hat. Wenn dem so war, könnte es daran liegen, dass der Körper seine Synthese von Arachidonsäure aus Linolsäure angepasst hat. Das alles kann man natürlich auch testen, wenn man sicher gehen will, ob man einen Mangel hat oder nicht. Aber eine Fettsäure-Analyse ist auch keine Standard-Igelleistung beim Hausarzt. Nichtsdestotrotz gibt es Heimtests im Internet zu erwerben, die ungefähr 80 Euro kosten, wo man sein Blut untersuchen und einschicken lassen kann. Aber auch die Anbieter dieser Produkte verkaufen gleichzeitig Nahrungsergänzungsmittel, mit denen man seinen Mangel dann auch wieder ausgleichen kann. Ihr hört daraus schon, ich halte das nicht für sonderlich seriös, solche Online-Tests zu machen. Und was ich übrigens auch nicht für seriös halte, sind Haaranalysen. Da gab es einen großartigen Internetbeitrag auf YouTube kürzlich von Quarks, die auch die Science Cops machen, wo die Moderatoren getestet haben, wie akkurat sind die Haaranalysen beziehungsweise was sind die Aussagen. Und es war völlig verquer, ich verlinke euch den Beitrag nochmal unten drunter. Die eine Firma hat völlig andere Mängel diagnostiziert als die andere Firma. Das heißt, das ist alles Schwurbelei. Wir sind wieder bei der Schwurbelei. Aber das ist dann auch der Moment, wo ich so richtig sauer werde, wenn Menschen versucht wird, im Dienste der Gesundheit ihr Geld aus den Taschen zu ziehen. 95% der Kooperationsanfragen, die mich erreichen, sind von Nahrungsergänzungsmittelherstellern. 50% der Sachen sind unnötig und der Rest ist Schwachsinn. Wie so Sachen wie CBD-Öl, was absolut null nachgewiesene Wirkung hat. Die meisten Nahrungsergänzungsmittel braucht niemand, nicht Veganer, nicht Vegetarier, nicht Omnivore. Der Nahrungsergänzungsmittelmarkt ist riesig, da sind Unmengen Geld zu holen, weil niemand seinen Lebensstil ändern will. Alle wollen eine Pille einwerfen und dann bei perfekter Gesundheit sein. Aber das geht so nicht. Und dieser Nahrungsergänzungsmittelmarkt ist so gut wie gar nicht reguliert. Jeder kann irgendwelchen Scheiß rausbringen, wie auch Ex-Automechaniker wie Robert Franz, die sich eine goldene Nase verdienen an Nahrungsergänzungsmitteln. Kauf den Scheiß nicht! Und während es den meisten von Nikos Zuschauern einfach reicht, wenn er sagt, dass seine Recherchen darauf hindeuten und alles, was er sagt, wissenschaftlich klingt, gab es dann doch auch einige Kommentare unter seinen Videos von wissenschaftlich versierteren Leuten, die Kritikpunkte hatten und seinen Ausführungen nicht so ganz folgen konnten. Unter anderem auch ich. Das war Nico aber nicht die Mühe wert, darauf einzugehen. Die finanzielle Verquickung mit Watson Nutrition wurde ihm aber auch schon von ein paar Laien unterstellt, denn der Zeitpunkt ist einfach zu auffällig. Im Juni neues Nahrungsergänzungsmittel, im Juli plötzlich Videos, dass man das ja unbedingt kaufen muss und dass das so essentiell und gesund sei. Anstatt also auf Kritik aus den Kommentaren einzugehen, postet Nico ein neues Video und zwar ein Interview mit seiner Freundin Katharina. Dieses ist laut Titel die Begründung dafür, warum sich seine Position zur veganer Ernährung geändert hat. Denn Katharina hatte kürzlich Symptome, die sie durch den Verzehr von zwei Eiern am Tag, wie Nico ihr empfohlen hat, therapieren konnte. So litt sie zum Beispiel unter Konzentrationsstörungen, Wortfindungsstörungen, Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Ach ja, und Blähungen. Ärzte konnten wohl keine somatische Ursache für das Problem finden, obwohl Nico tausende Euro für die Diagnose ausgegeben hat. Und somit ist Nicos veränderte Position zur veganer Ernährung jetzt darauf zurückzuführen, was er an einer einzigen Person als medizinischer Laie beobachtet hat? Ach ja, nicht nur an seiner Freundin hat er das beobachtet, auch an ex-veganen YouTubern wie zum Beispiel Jakob Wusch. Ach, wenn es so einfach wäre, aufgrund einer einzigen Beobachtung an seiner Freundin Therapieempfehlungen für die gesamte Welt auszusprechen, dann würde die Pharmaindustrie im Dreieck springen. Denn die müssen Studien machen. Die brauchen möglichst viele Probanden. Die müssen das erst an Tieren testen und dann müssen sie das an Menschen testen. Und dann müssen sie diese Studien noch veröffentlichen. Und dann müssen da Peers, also ebenfalls kundige Experten, drüber gucken, ob das alles so sauber ist. Und dann müssen die Leitlinienleute auch noch drüber gucken und sagen, ob man das den Patienten empfehlen kann. Es gibt Gründe, warum das so kompliziert ist. Subjektive Beobachtungen an einem einzigen Mensch haben absolut gar keine Evidenz. Schon gar nicht, wenn sie von einem medizinischen Laien beobachtet wurden, der hier auch noch selbst interpretiert und seine eigenen Rückschlüsse daraus zieht. Der höchste Grad an Evidenz ist eine randomisierte, placebo-kontrollierte, am besten doppelt verblindete Studie an möglichst vielen Probanden, wo ganz klar ist, dass die Wirkung vom Medikament verursacht wurde und nicht etwa vom Placebo. Das bedeutet, weder Arzt noch Patient wissen, ob der Patient jetzt ein Placebo oder ein Medikament bekommen hat, denn wenn es der Arzt oder der Patient weiß, fällt die Wirkung des Placebos anders aus. Auch wenn nur der Arzt es weiß, ist es völlig irre, aber irgendwie schnappt man das unbewusst auf. Wenn also Nico und vielleicht auch Katharina davon ausgehen, dass vegane Ernährung ihre Beschwerden verursacht hat, dann kann es durchaus sein, dass der Verzehrer von nicht-veganen Produkten diese Symptome lindert. Placebo-Effekt heißt der Glaube von Katharina und Nico daran, dass die Eier wirken würden, könnten die Wirkung verursacht haben. Denn welche anderen Gründe für diese Symptome könnten einem Ernährungswissenschaftler denn da einfallen? Er hat doch nur die Expertise Ernährung und eben nicht das gesamte Spektrum an Ursachen, die es ein Arzt hat. Ich bin absolut kein vegan Aktivist. Mir ist es völlig scheißegal, wie viele Eier Leute essen. Mit dem Bekehren von Nicht-Veganern habe ich aufgehört, als ich 15 war, weil es nicht funktioniert hat. Empathie kann man anderen Leuten nicht einreden. Und wenn denen die Tiere scheißegal sind, dann ist es völlig egal, was ich tue, sie werden ihm weiter scheißegal sein. Daher habe ich mich darauf beschränkt, es vorzuleben und mit völlig anderen Gründen als Empathie zu argumentieren, nämlich mit wissenschaftlichen Gründen. Mir ist es auch persönlich lieber, dass 90% der Bevölkerung weniger tierische Produkte essen, als dass 2% mehr streng vegan essen. Daher darf in meinen Augen jeder so viele Eier essen, wie er möchte, vorausgesetzt sein Cholesterinspiegel ist da, wo er hingehört. Und an diesem Vorgehen sieht man dann plötzlich auch, wie rudimentär Nikos Medizinwissen eigentlich ist. Es klingt immer so, als hätte er Ahnung davon, weil er die ganzen medizinischen Fachbegriffe in den Mund nimmt, aber formale Bildung und Hintergrundwissen und klinische Erfahrung ist da einfach null vorhanden. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Er ist überhaupt nicht in Heilkunst ausgebildet und hat keine Heilerlaubnis. Und daran ändert auch das Schreiben einer Doktorarbeit nichts. Mir geht es in diesem Video also nicht um Tierethik, sondern mir geht es schlicht und ergreifend um Wissenschaft, worum es Nico ja eigentlich auch geht. Aber in seinen 65 über Arachidonsäure veröffentlichte Studien ist keine einzige drin, die zeigt, dass Veganer einen Arachidonsäuremangel haben oder dass sie profitieren, wenn sie Arachidonsäure substituieren. Und es gibt auch keinen wissenschaftlichen Beleg, dass Veganer gehäuft Symptome wie Katharina erfahren oder dass diese Symptome auf einen Nährstoffmangel zurückzuführen sind. Also vielleicht abschließend dann nochmal zu dieser Ungereimtheit. Warum isst Katharina jetzt zwei Eier am Tag, anstatt sich die Nahrungsergänzungsmittel von Watson Nutrition rein zu pfeifen? Denn das war doch der Sinn von Watson Nutrition, dass man vegan bleiben kann, obwohl man Nährstoffmängel hat. Kann ich euch auch nicht sagen. Vielleicht hilft es nicht. Vielleicht war es nicht die Ursache. Vielleicht fehlte sowohl Katharina als auch Nico der Glauben, dass es wirken könnte. Wer mal beim Hausarzt gearbeitet hat, sei es als Sprechstundenhilfe oder auch als Medizinstudent, der verpflichtet ist, ein Hausarztpraktikum zu machen, so wie ich, der wird feststellen, dass ungefähr jeder zehnte Patient, der zum Hausarzt kommt, über Symptome wie Müdigkeit und Abgeschlagenheit klagt. In der Regel sind solche Symptome vor allem auf Stress zurückzuführen. Wenn man mal in psychosomatische Tageskliniken geht, dann stellt man sehr schnell fest, dass ungefähr 90% der Patienten dort über ähnliche Symptome klagen. Neben der Verdauung ist vor allem auch der Rücken sehr anfällig für Somatisierungen. Das heißt, psychische Leiden, die man quasi unterdrückt, zeigen sich irgendwo im Körper mit echten Symptomen, mit echten Schmerzen, mit echten Beschwerden. Das ist keine Hypochondrie oder sowas. Ein Drittel aller Rückenschmerzen kommen von der Psyche. Orthopäden verzweifeln daran, Psychosomatiker haben vielleicht eine Lösung dafür. Und alle Symptome, die Katharina hat, lassen sich mit wesentlich größerer Wahrscheinlichkeit auf Stress zurückführen, auf psychische Probleme zurückführen, als dass man sie mit veganer Ernährung in Verbindung bringen könnte. Klar, ich mache jetzt eine Ferndiagnose, das geht auch nicht, ich kenne sie nicht, ich weiß überhaupt gar nichts. Ich weiß nur, dass die Symptome, die sie schildert, mit größerer Wahrscheinlichkeit von psychischen Ursachen kommen, als dass sie von veganer Ernährung kommen. Denn Arachidonsäure-Mangel macht diese Symptome eben auch nicht. Welche Nährstoffe tatsächlich kritisch sind bei veganer Ernährung, ist hervorragend belegt. Und man kann das alles hervorragend nachlesen in Nikos Buch Vegan Klischee AD. Was er hier gerade vorbringt, ist eine reine Hypothese. Es gibt keine Evidenz, es gibt keine Fakten, es gibt keine Studien. Er hat eine Hypothese. Und es steht ihm natürlich frei, weiter daran zu forschen, Fakten beizubringen. Er kennt ja genug Veganer, wahrscheinlich findet er sogar direkt viele, die an einer Studie, die er macht, teilnehmen würden. Aber bis dato kann man nicht behaupten, dass irgendwer Arachidonsäure aus Nahrungsergänzungsmitteln oder aus tierischen Produkten zu sich nehmen muss. Und deshalb gibt es auch keinen Grund, warum man Menschen, die unter Blähungen und Müdigkeit leiden, jetzt Angst vor veganer Ernährung machen müsste. Stress lähmt den Darm, was dazu führt, dass dieser langsamer arbeitet. Veganer essen in der Regel mehr Ballaststoffe. Wenn Ballaststoffe länger im Darm bleiben, weil dieser aufgrund von Stress langsamer arbeitet, haben die Darmbakterien mehr Zeit, die Nährstoffe bzw. die Ballaststoffe zu verdauen und dann Gase zu produzieren. Und das führt dann zu Blähungen. Leute, die Stress haben, kauen in der Regel auch nicht gut. Und gut gekaut ist nun mal halb verdaut. Je schlechter man vollwertige Nahrung kaut, desto mehr hat man in der Folge Blähungen. Mir ist natürlich klar, dass auch ich nur hier eine Theorie habe, dass ich keine Diagnose stellen kann. Aber ich will darauf hinweisen, dass Nico auch absolut nicht in der Lage ist, eine Diagnose zu stellen oder eine Therapie anzubieten. Leider hat er nur 125.000 Follower auf YouTube und satte 145.000 auf Instagram und seine Reichweite ist wesentlich größer als meine. Und das könnte der veganen Community abträglich sein. Und das ist wirklich traurig, denn den Kommentaren nachzuurteilen, haben die meisten seiner Zuschauer absolut keinen Plan von dem, was er da erzählt. Sie haben nicht die Kompetenz, seine Aussagen zu hinterfragen. Für sie ist es dann wissenschaftlich, wenn es wissenschaftlich klingt und wenn er behauptet, es sei wissenschaftlich. Man kann davon halten, was man möchte. Und ich möchte Nico auch gar keine bösen Absichten unterstellen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass seine Argumente wissenschaftlich nicht stichhaltig und haltbar sind. Weder bezüglich eines Arachidonsäuremangels bei Veganern, noch bezüglich der Therapie der Symptome seiner Freundin und seiner Schlussfolgerung zu den Ursachen. Außerdem finde ich seine finanzielle Verbindung zu Watson Nutrition höchst fragwürdig und auf jeden Fall zu Interessenskonflikten führend. Warum gründet Nikos, Cutter und persönlicher Assistent ganz plötzlich eine Nahrungsergänzungsmittelfirma? Ist Nico Stiller Teilhaber bei Watson oder vielleicht der eigentliche CEO? Solche Verbindungen müssen offengelegt werden, besonders auch in der Wissenschaft. Jede publizierte Studie fragt nach Interessenskonflikten hinter der Publikation. Wird hier nicht drüber gesprochen. Und solange das alles unklar ist, bleibt uns eben nur die richtige Wissenschaft und die besagt ganz klar, dass es keine Indizien dafür gibt, dass bei Veganern ein Arachidonsäuremangel vorliegt und diese substituieren oder tierische Produkte essen müssen. Es stimmt nicht, was Nico behauptet. Und ich finde, die Veganer da draußen sollten das wissen. Denn sein Einfluss und seine Reputation im deutschsprachigen Raum ist zumindest noch enorm. Ich jedenfalls werde genauso weiter substituieren, wie ich es bisher getan habe. Und ich werde auch mein Kind weiter vegan ernähren, ohne Nikos Substitutionempfehlung. Ich bleibe bei Vitamin D im Winter, bei B12 und bei DHA, weil ich stille und auch, weil ich so langsam in die Menopause komme. Und auch, weil meine Blutwerte einfach super sind. Wenn du wissen willst, wie ich mich genau ernähre, habe ich ein kostenloses Download auf meiner Website mit einem 7-Tage-Ernährungsplan unter www.silke-rosenbusch.de Und ein Video über meine Blutwerte findest du hier. Das war's für heute. Bitte teile das Video in der Community an alle Veganer, die das sehen und wissen müssen. Darüber hinaus sage ich ciao. Macht's gut. Bis nächste Woche. Eure Silke